Macht Schönheit glücklich? Ich will die Form, ich will den Körper, ich will Schönheit. Langsam hab ich das Gefühl, ich bin ausgemolken, Alter. Fahri reist nach Rio. Eine Stadt, in der nur das Äußere zählt. Ohne Ende Tangas. Als wäre es hier verboten, seine Arsch zu bedecken. Ist Schönheit vielleicht auch ein bisschen ein Glückselixier. Fahri sucht das Glück. Heute, 22.10 Uhr. Call 7. Oder kostenlos auf Join.